Wer ein bisschen mehr Zeit hat, als nur den Reinfall anzuschauen, kann sich schnurstracks auf den Weg in Richtung Schaffhausen oder sogar nach Stein am Rhein machen. Mit dem Gefährt, der ganz ohne lauten Motor und Benzin auskommt. Das Interesse ist eigentlich recht gross. Es braucht einfach manchmal ein bisschen Mut, dass man nicht so eins mietet und dann ist Fahrspass pur. Sagt die Frau, die ein Trivanti, das Elektro-Trottinett, oberhalb vom Reinfall herstellen lässt. Doch weit über das Reinfallbecken heraus sollen Touristen und andere Interessierte mit dem Trottinett kommen. Ab 14 Uhr mit Töfflausweis kann so ein Gefährt gemietet werden. Für ältere Personen oder für weitere Strecke wird auf Wunsch ein Sattel montiert. Also es gibt Möglichkeiten für Touristen, den Radius zu vergrössern. Ein Segment ist eigentlich, bis 20 haben wir sehr viele Interessierte. Dann haben wir die von 20 bis 30-Jährigen, die eher weniger, die fühlen sich wahrscheinlich noch sportlich genug zu Fuss. Und dann steigt eigentlich die Zahl wieder rapid an. Also die Eltern sind offen für Neues und wollen auch mal ausprobieren. Nach einer kurzen Instruktion geht es los. Karten sollen den Nicht-Einheimischen den Weg ans Ziel über verschiedene sehenswerte Routen zeigen. Mit einem oder zwei Akkus und einer Notfallnummer im Gepäck soll ein Elektro-Trottinett sogar Stein am Rhein erreichen können. Im Prinzip kommt man etwa 20 Kilometer gerade aus. Und ja, es kann mal irgendetwas passieren. Aber das Trivanti ist so gebaut, dass es ein Trottinett ist. Und dann kann man auch ohne Elektroantrieb fahren. Seit 2012 kommt ein Elektro-Trottinett Trivanti gleich wie ein normales Velo im Strassenverkehr ohne Nummern aus. Die Verkehrsregeln gilt ebenfalls die gleiche wie für ein Velo. Nur die Handhabung ist am Anfang für die einen noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also wir haben sehr viele indische Touristen hier. Und die sind den Linksverkehr gewöhnt. Und die mussten sich dann ein bisschen umstellen von der Bremse her. Wir haben dann das technisch gelöst, dass das keine Rolle mehr spielt. Die Inder sind sehr offen für Neues und sehr, sehr interessiert. Der Faktor Spass und Erlebnis sollen beim Trivanti, der auch auf der Internetseite von Schafuserland Tourismus beworben wird, im Vordergrund stehen. Ja, das Trivanti ist einfach ein grenzenloses Fahrgefühl. Es lässt sich ein bisschen vergleichen mit dem Carven beim Skifahren. Es ist klein, es ist schön wendig. Und das kann man einfach vergleichen mit dem Kurzschwung, mit dem Carving Ski. Mit der Stiftung Impuls hat die Firma Trikonsolution, die die Elektro-Trottinette herstellt, einen Standortpartner gefunden. Bei der Velostation am Bahnhof in Schafuser könnte neu die Trottinette gemietet oder nach der Fahrt vom Rival her wieder abgegeben werden. Sie sind sehr speditiv. Sie haben einen rechten Zug. Ich finde es sehr gut. Sie schreien zum Aufsteigen. Was ein bisschen das Handling ist. Also man muss zusammenlegen, wenn man es jetzt nahe mit der Stahl hat, zum Abschliessen. Ein Velo ist ein bisschen robuster. Da kann man relativ zackig nehmen. Aber ich denke für die Touristen, für so hin- und herfahren, oder für uns jetzt in einem Betrieb, ist das sicher etwas Gebiges. Der Vorteil vom Elektro-Trottinette Trivanti ist, dass ein kleiner Schritt genügt, um wieder ein Fussgänger zu werden. So spazieren die Touristen auch durch die verkehrsfreie Altstadt. Um später an den Schiffländen vielleicht wieder loszufahren.